Guten Morgen! Guten Morgen! Ähm, ja, die Erde bleibt über Nacht auf jeden Fall da, also von daher kannst du dir auch jetzt noch einsammeln und das Loch wieder zubauen. Ich kenne mittlerweile mal den Gobbel, den ich eingesammelt habe, hier rein. Ja, warte, warte, lass mich auch, bitte. Ja klar, mach ruhig. Mach das ruhig. Hey, Spinni! Und da ist noch ein Skelett und... Oh, du hast ja gar nicht so viel Gobbelst. Ja doch, hier ist ganz schön viel Erde. Mr. Skeletor. Und da ist Creepy. B-dung! Blöp, da war er tot! Der arme kleine Creeper! Ziellos werden. Tjong, tjong, tjong. Tjong, tjong. Das ist eventar voll. Ähm, ja sorry, ich muss euch da leider enttäuschen. Das ist unser Familienserver. Dürfen nur Familienangehörige drauf. Auf, tut mir leid. So, dann... Huch! Äh, nein! Jetzt habe ich wieder die falsche Spitzhage genommen. Äh, die will ich doch nehmen. Und dann tust du aber noch schnell was. Ja, was wolltest du sagen? Hä? Was wolltest du sagen? Wolltest du nicht grad was sagen? Nix, nix, nix. Nix? Hast du wieder was kaputt gemacht? Was? Nein, ich hab... Warum wieder? Hallo? Du hast grad, ähm... Ich hab gesagt, und solche, die es werden wollen. Ähm... Und solche... Ach so, ja. So wie du. Ähm... Außerdem hast du grad den... den Boden kaputt gemacht, also... Ich hab... Das war der Creeper, das war nicht ich. Klar, schieb's nicht auf den armen kleinen Creeper. Der arme kleine Creeper. Ja. Der kann gar nix dafür und du mobbst den ja so. Ich mach dich gleich mal. Äh, was wollte ich denn jetzt? Mach doch. Du wirst mich. Du wolltest mich mobben. Nee, ist egal. Ich mobb mich jeden wieder. Mach mal los. Dir fällt nur nix ein. Ich hab mich in Ruhe. Ich baue jetzt erst mal wieder das Loch zu. Das, was der Creeper zerstört hat. Der das Loch zerstört. Also gemacht hat. Du weißt schon. Ich kann reden heute. Ja, irgendwie... Ah, geht's dir auch mal so wie mir. Ja. Lalalalalala. Ah, lalalalalala. Zack. Wupp. Wupp. Zack, 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 zack. So. Oh, ich hab schon mal die ersten zwei Stacks verbraten. und ich hab noch gar nicht viel gemacht. So, und da. Ein Nachschub. Okay. Ich hab ja noch drei Stacks. Bis zumal haben wir sogar relativ viel gesammelt, wie es aussieht. Wupp, 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 wupp. So. So, was ist denn? Nachschub, Nachschub. So. Ja, ich bring dich nach. So, ja, das ist gut. Ich bin fast rum jetzt hier. Ne, ich bin auf der Rückseite, gerade auf der Hälfte angekommen. Aber zum Glück hab ich auf der anderen Seite ja schon ein Stück weiterge... Achso, weißt du? Ach, jetzt geht es bei mir los, dass ich nicht mehr reden kann. Ich dachte, ich würde heute verschont bleiben. Ich glaub, ich weiß, was du meinst. Achso. Blöpp, blöpp, blöpp. Ach, ich muss dann ja noch Treppen bauen und die da überall reinzimmern. Das braucht natürlich auch wieder einiges an Material. Bitte was? Das Loch ist gefüllt, hab ich gesagt. Das ist gut. Ich bring dir jetzt nur einen Stein. Ja! Naja, aber ich muss erst mal so ein wenigstens was machen. Huch. Warum lagen hier oben Pfeile und Knochen? Weil da wahrscheinlich das Kielett verbrannt ist. und nicht in den Schatten gefunden hat. Armes Ding. Ja. Armes, armes Skelett. Tut mir ja wirklich wahnsinnig leid. Mr. Skeletor. Na, so. So. Und so. Warte, ich baue einfach gerade mit. Bup, bup, bup. Huch. Stein da. Fuck. Was ist los? Zu früh angefangen mit Säule bauen. Da. Deswegen. Deswegen. Ja, so. So, sehr schön. Sehr schön. Aua. Jetzt brauche ich nur noch Treppen. Warte, 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 warte. Ich habe die Idee. Warte, 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 warte. Guck mal, was ich für dich habe. Da und da. Und da noch was für dich. Und das ist auch für dich. Und das hier auch. Das kannst du auch haben. Wieso gibst du mir Kohle? Damit. Und das. Und das hier. Und das. Toll, danke. Ich liebe Rob Jobs im Inventar. Sehr freundlich von dir. Ja, das ist mein Geschenk für dich. Ein Spinnenauge. Danke. Ja, die sind ganz besonders cool. Oh, Manu. Was denn? Was? Ich wege keine Spinnenauge in meinem Inventar. Ich bin ja keine Hexe. Nicht? Ach, verdammt nochmal. Ich habe das doch da oben ran gesetzt. Mist, Treppen. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Nein. Doofe Treppe. Didim, dim. Hi, Zombie Girl. Hallo. Didim, didim, did. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Treppen. Ähm. I don't know, Grave. Was machst du gerade so Schönes? Ich? Trottierst du jetzt den ganzen Mist, den ich dir gegeben habe, ein? Ja. Muss ich ja. Pff, muss ich nicht. Hättest du mir zurückgeben können. Nee. Nee. Och, jetzt habe ich gleich zwei Stufen verkehrt rumgebaut. Mann, ey. Wie kannst du nur? So rum her. Wieder vertreten worden? Ja, ja, ich bin der Meister im Treppen richtig rum hinsetzen. Ist der Wahnsinn. Ähm. Sage mal, die drehen sich auch von allein, die stehen erst richtig und dann drehen sie sich von alleine wieder verkehrt rum hin. Die Mistdinger. So. So. Ich habe alles, was ich an Gobelsturm im Inventar habe, im Ofen. Okay. Ich habe auch kein Gobelsturm mehr im Inventar. Das heißt, äh, das wäre dann alles verbraucht. Ähm. Wo war denn jetzt die Kohletruhe da? Ja, eine Hexe verbrennt sie. Schnell. Was? Was? Nix. Ich habe nix gesagt. Hab ich schon gesagt. Ich bin keine Hexe. Doofköppe. Überall hier. Ähm. Lasst euch nicht einlullen. Ich bin doch nicht so gehässig. Ach man, schuldige. Ah nein. Verdammt. Doch nur bis da, oder? Jawohl. Nur bis hier. Ich lache nicht gehässig, sondern... Ähm. Lache ich. Lache ich? Ja. Okay. Guck mal. Die Steine hier können wir da rausnehmen. Die können wir uns sparen. Welche? Die hier eigentlich alle. Ist mir gerade so eingefallen. Wenn ich dort die Treppen hinsetze, können wir uns die Steine sparen. Ah. Also diese Schicht. Ähm. Wie viel hast du die Aufstellung? Das sind drei. Oh, okay. Jo, das was der Überhang ist. Ich baue mal ringsrum die Treppen hin. Und dann, äh, können wir die Reihe Steine, die überflüssig ist, wieder wegreißen. Okay. So. Klack. Oh nein. Nein, 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 nein. Jetzt liegt eine Treppe da oben. Kommst du da ran? Wo war sie? Wo ich gerade am Bauen bin. Wieso muss ich mal deinen Dreck aufsammeln? Weil ich gerade nicht rankomme. Ja, hier. Ich, äh, schmeiße die runter. Da. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Würde ich doch... Dein, dein Dreck aufsammeln. Dankeschön. Also in diesem Fall sind die Treppen, aber weißt du schon. Ja, ja. Ich gehe mal hinterher holen. Ja, 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 ja. Ähm, hier ganz, ne, ja. Okay. Ganz? Ja, ich weiß, was ich meine. Du weißt, was du meinst. Das ist sehr schön. Hauptsache du weißt, was du meinst. Ja, finde ich auch. Nein, ich wollte nur wissen, ob die Rückseite hier ganz zugebaut werden soll. Die Rückseite von dem Bibliothek. Ähm, vielleicht. So, jetzt brauche ich erstmal ein paar Steine, damit ich ein paar Treppen machen kann. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ich habe Steine für dich. Ähm. Ja, aber lass, die kannst du mir dann ein Bett geben, sozusagen. Also, beim Bett. Okay. Bumm. Fliegt sie nicht mehr wieder runter. Rabuff. Wozu baue ich denn bitte Treppen, wenn du eh überall runterfällst? Ich hatte keine Lust, sie zu laufen. Da haben wir's. Wupp. Tak. Dann brauchst du auch keine Treppen bauen, wenn du keine Lust hast, die zu benutzen. So, bevor du dann, ähm, wegrennst nach dem Aufstehen, warte erstmal, bis ich dir die Steine gegeben habe. Ja. Wow, noch voll viele. Ähm, warte. Egal. Warte. Was denn jetzt schon wieder? Ach, sie sind jetzt schon wieder weg. Ich wusste es. Jetzt gibt's. Ja. Jetzt hau ab. Ja, dann geh ich halt. Meine Güte. Reg dich halt noch mehr auf. Mach ich doch. Alter, die Leitern, ey. Hier liegen doch noch Haufen. Drinnen. Das reicht doch. So. Jetzt hab ich nichts mehr zum Bauen. Naja, egal. Du kannst ja schon mal anfangen abzureißen. Ja. Du hast es zu weit nach außen gebaut. Was hab ich? Och, echt jetzt? Ja, du kannst es eh alles nochmal abreißen. Du weißt, dass wir dann ein Dach draufsetzen wollen, auf dieses, wie hieß das, mit diesen komischen Zäulen da. Ja, das hab ich zu weit nach außen gebaut. Das sieht doch genauso aus wie hier. Außen? Der ganze Weg außen. Überall. Drei frei. Hier hast du doch auch drunter und da willst du doch auch ein Dach hinsetzen. Achso, ja, aber da hattest du doch angefangen. Deshalb hab ich das so weitergebaut. Ja, dann war es mein Fehler. Trotzdem muss es weg. So. Treppen. Treppen. Sorry. Muss überall drei frei sein. Tut mir leid. Oh. Jetzt dickst du doch nicht rum. Dickst. Ja, dickst. Ähm, aber ganz hinten. Auch. Auch? Ja, ringsrum. Das geht aber überhaupt nicht. Wieso? Achso, halt. Okay, das geht doch. Dann. Okay, okay, okay. Schon gut. Ich hab ja ringsrum die Säulen gebaut, also muss es auch ringsrum so sein. Außer am Eingang direkt dort. Da muss es direkt an den Rand. Ja. Ja. Ich dachte nur wegen den Treppen hier, aber dann ist halt da kein Platz, okay. Wo ist denn jetzt hier ein Zombie? Und dann hier fertig. Voll asymmetrisch ist. So. Ha, hat gereicht. Ha, du bist runtergefallen. Ich bin runtergesprungen. Nein, du bist gefallen. Ah, nee, ist nicht. Okay, schon gut. Ich war verwirrt. Ami. Hat's erledigt. Huch, plötzlich ein roter Kopf in meinem Blickfeld. Dingens. Ähm, du hast noch Steine? Ja. Na gut. Brauchst du was? Nö, ich reiß das jetzt hier wieder raus. Fixi Foxi. Das, was hier zu viel ist, muss man nicht brauchen. Deswegen muss man da reinsetzen. Holz oder einfach fackeln, dass ja nichts spawnt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht die wertvollen Steine drinnen lassen. Hm. Die wir so in mühsamer Kleinstarbeit abgebaut haben. Das hätten mir aber auch eher einfallen können, dass wir uns das hier sparen können, wenn ich da unten noch die Treppen hinsetze. Unten drunter. Das war Witter. Zack. Wahnsinnig schlau. Vor allen Dingen sind das voll viele. Das ist jetzt schon über uns Deck. Ich habe die Hälfte geschafft. Sehr gut. Der eine ist zu viel. Ja, ich weiß. Ich bin gerade dabei, den abzureißen. Hat auch lange gedauert. Ja, ich habe die Eisenachs-Spitzhacke gesucht. Ach so. Ha. Ha. Lass dich doch mal. Jetzt lass dich doch. Immer nur was auszusetzen. Jojo. Der Herr. Da ja. So. Gleich rum. Uh, da ist wieder einiges zusammengekommen. Bup, 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 bup. So. Jetzt habe ich wieder fast drei Stacks. Wupp. Bup, 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 bup. Weißt du, wie ich cool fände? Was denn? Wenn wir irgendwie auf die Bibliothek noch Türmchen bauen würden. Ja. Ich mag Türmchen. Türmchen. Da finden wir noch irgendwie Platz hier. Können wir probieren, ja. Irgendwie auf die zwei Flügel oder so jeweils. Müssen wir erst mal... Ja, könnte man zum Beispiel machen, ja. Ist, glaube ich, drin, ja. Müssen wir mal schauen, wie es ist. Ich will jetzt ja erst mal die Mauer so weit hochziehen, damit wir hier das Dach ranbauen können. Also noch eins drauf erst mal. Ich habe keine Steine mehr. Na ja, gut, ich habe noch ein paar. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Okay. Und dann hier einen Eingang. Den Eingang müssen wir auf alle Fälle dann noch ein bisschen verschönern, weil der ist noch... Der ist dann... Der ist im Moment ziemlich platt und glatt und... Ja, klar. Nicht so schön. Es kommt dann ja alles noch, die Fassadenverschönerung. Jo, jetzt müssen wir uns erst mal überlegen, aus was wir das Dach bauen. Welches Holz? Ich würde vielleicht wieder das Dark Oakwood nehmen, wie bei dem... Ich weiß schon, Bahn, Lager, Lagerhaus, findest du nicht? Also da hatten wir doch das Dark, oder? Ja, ja, da hatten wir das Dark. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht auch rotes Holz drauf aussehen würde. Das Dschungelholz. Ja, da müssen wir erst mal Dschungel finden, das ist das Problem. Ja, da müssen wir auf eine Reise gehen. Können wir auch tun. Das ist mal wieder was anderes, aber diesmal wieder in eine andere Richtung. Nicht, dass wir wieder nur irgendwie... Ich wollte mal Richtung Spawn gucken. Ich glaube, ich setze die Türen hier in dem Fall der Bibliothek innen rein. Nicht außen an. Ja, ich glaube, das ist cooler für die Bibliothek. Ja, dann müssen wir jetzt hier nur mal schauen. Also es wäre halt nur eine Idee, ich weiß nicht, dass wir halt auch mal anderes Holz haben, ne? Ja, ist eigentlich eine gute Idee, wenn du das so willst. Und dann machen wir auch wieder mal was anderes, als zu bauen oder irgendwo rumzurennen, äh, in der Höhle rumzurennen, sondern wir laufen mal ein bisschen durch die Welt. Ja, dann lass das machen. Sobald die Suche nach Dschungel hört. Ich habe jetzt alles... Ich will nur erst mal das Zeug jetzt hier lassen, dass die Diamantspitzhacke lasse ich auf alle Fälle hier. Nicht, dass da irgendwas verloren geht auf unserer Reise. Die Hose lasse ich hier. Ähm, den Kohleblock, den haue ich mit da rein. Ich haue die Steine jetzt erstmal in Craftings rein, ne? Ähm... Warte, ich habe keine Lust, sie jetzt hochzuschliffen. Du faule Sau! Oh Mann! Darf ich nicht... Andesit, Granit... Ne, was ist das? Stone... Da ist die Urit, da. Achso. Ja, mach wie du willst, mir egal. Mach das wie du denkst! Mach das wie du denkst! Mach das wie du denkst! Wood Spruce... Ey, meine Angel brauche ich nicht. Ich glaube nicht, ne. Gut, die wahrscheinlich noch. Ich glaube, eine Axt mache ich mir mal neu und eine Spitzhacke, weil die ist fast im Eimer. Ich brauche mal ein Schwert neu. Axt und eine Spitzhacke. Da machen wir drei Eisen jeweils dafür. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Wupp, wupp. Die, äh... Drohnen. Drohnen die ganze Zeit. Wupp, wupp, wupp. So. Wupp, wupp, wupp. So. Darf ich ein bisschen... Ah ja. Die Schere brauche ich... Obwohl, die nehme ich vielleicht mal mit. Man kann nie wissen. Ja, man kann nie wissen. Ähm, und dann... Dann... Betten mitnehmen. Betten mitnehmen, ja. Hier. Nimm dir auch eins raus aus der Craftingstruhe. Ja. Hm. Was wollte ich denn dann noch gucken? Irgendwas wollte ich noch mitnehmen, glaube ich. Viere nur. Ich mache dann mal noch welche. Okay. Ich dachte, ich wollte noch irgendwas. Ich bin gerade total... So, 40 Stück habe ich jetzt... Müsste ja reichen, ne? Hm. Ja. Meinst du nicht? Ja, doch schon. Klar, 40 reicht locker. Das Bett. Ah ja, Futter wollte ich noch machen. Hast du noch genug? Ja. Ich habe noch 38 Steaks im Inventar. 38? Okay. Sollte reichen. Ich mache mir ein bisschen Brot noch. So. Ich würde aber sagen, wir warten bis der nächste Tag. 32 Brote. Ähm... Oder was sagst du? Ja, wir setzen uns jetzt hier hin und warten, bis die Sonne untergeht. Ja, warte, ich angel. Schweigen, gehen stille und... Nee. Nee? Ja, doch, wir warten bis der nächste Tag anbricht. Du kannst ja zum Beispiel schon mal dein Pferd herholen. Soll ich... Sollen wir auch Brote mitnehmen? Nee. Na gut. Ähm... Ich hoffe, dass ich alles habe. Na gut, dann hole ich mein Pferd noch. Na, jetzt sieht die Bibliothek doch schon ganz schön. Ganz, ganz okay aus, soweit. So cool, wenn wir da links und rechts irgendwie noch ein paar so Türmchen, irgendwas hinsetzen und dann hinten so ein Längsdach machen oder so. Also... Ich denke mal, wir kriegen da schon was Gescheites hingezimmert. Aber das Gebäude ist halt auch wieder so riesig geworden eigentlich. Naja, ist halt eine Bibliothek. Eigentlich wollten wir ja nur ein kleines Fischer- und Handelsdorf bauen. Und jetzt haben wir da so eine monströse Bibliothek. Das stimmt. Egal, ich mag große Gebäude. So cool, jetzt habe ich die drei Eier im Inventar, nur weil ich am Bibliothek vorbeigelaufen bin. Tja. Oh, weißt du, was ich auch noch mitnehmen muss? Eine Leine. Nimm du dir auch eine mit, ne? Mein Pferd hängt an der Leine. Ja, stimmt. Ähm... Höp. Höp, höp, höp. Höp. So, fertig. Hui! Ist noch ein Craftings- so für dich eine drin? Ja. Jo, glaub schon. Dann bin ich mein Pferd jetzt gerade noch über Nacht an. Und dann komme ich hoch. Okay. Lüpp. Okay. Na super. Ich schleiche der Weile ein bisschen auf dem Dach vom Lagerhaus rum. Hallo? Hallo? Nimm uns hauen. Äh, was? Nix, nix. Hast du meins locker gemacht, oder was? Ja, ist mir auch zu sehen abgegangen, die Leine, als ich meine dran gemacht habe, aber... Du bist echt. Wolltest mein Pferd wegjagen. Huuu. Schlafi, schlafi. Guten Morgen. Morgen. Und Tina. Der Tag der großen Reise ist angebrochen. Der Tag der großen Reise. Zurück zum Spawn. Wenn wir ihn finden. Tja. So, Pferdchen. Blöpp. Oh, fucking Creeper. Vorsicht, wenn du losreitest. Hat er nicht gesehen? Ne. Ne. So, jetzt muss ich erstmal schauen, in welche Richtung wir denn müssen. Ähm. Ah, da ist noch ein Creeper. Scheiße hier. Mit den Creepons. Nee. Komm schon, Pferdchen. Du schaffst das. Komm schon. Wieso kommt der nicht raus aus dem Wasser? Der Gaul. Jetzt. So, dann müssen wir, glaube ich, in, da wird's weniger und, ja, in diese Richtung müssen wir. Pass auf, hier ist ein Riesenloch. Ja. Ja, hab ich gesehen. Ist eigentlich komisch. Warum fließt es da nicht runter? Weiß nicht. Buck. Buck. Pferd, komm weg. Das sinkt immer so tief unter Wasser, bevor ich die Leine drankriege. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, super. Ich hab dich rückwärts in dein Verderben laufen lassen. Dankeschön. Müssen wir nochmal eine Fluss überqueren, ja, oder? Hallo, Pferd. Kommst du vielleicht mal da raus? Hier, oder? Müssen wir. Wieder drüber? Ach, komm. Nein. Ach, verdammt nochmal. Du schaffst das? Nee, irgendwie nesurisch. Was ist denn das hier? Ich muss wieder was wegbauen, wahrscheinlich. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Hier, wo ist Wasser? Lass uns einfach mal hier rechts außen rum gucken. Ah, hier, dann warte. Das für ein Pool. Häschen. Oh, nicht ernsthaft. Ey, so, scheiße. Vor allen Dingen ist es voll tief hier. Oh, scheiße, nein. Ja, super. Ich dachte, du wärst so weit danach. Ganz toll. Oh, ey. Ich glaube, wir kriegen das schon. Ja, ich sag doch, hier ist alles durchlöchert. Das war die Ecke, wo ich war. Richtig geil. Voll reingeplatscht. Oh, alles geschafft. Oh ja, hier ist auch wieder ein Loch. Vorsicht. Alles voll mit Löchern. Nur Höhlen hier, echt. Guck mal. Das Mücken-Geräusch. Ja, ja. Ach, hier können wir drüber. Guck. Hüpp. Ach, sag, komm schon, fertig. Du schaffst das. Yay. Oh Gott, hier sind noch mehr Löcher. What the hell? Shit, ey. Ja, genau, hier war ich. Wir sind ja wirklich nur Löcher. Krasse Scheiße, ey. Reib mal ein bisschen langsamer. Okay. Bleib mal kurz stehen. Ich will dich mal... Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Nix, nix. Nix. Okay. Vielen Dank.